Wo ist der Franz? Frank hatte keine Zeit. Habt es ein Pferd für mich? Wenn ich mich hier so umsehe, dann sind nur drei da. Sollten wir denn tatsächlich eins vergessen haben? Du kannst nicht rechnen, du darfst ratla. Es habt zwei Pferd zu viel. Kein Peter. Das ist ein Pferd für mich. Das ist ein Pferd für mich. Endlich, hab ich mein Reitpferd. Juhu!